Schauen wir mal, was er von uns möchte. Die große Schädelschikane. Rettet die entführten Mitglieder der Goldtowerbande aus dem Sandwüterunterschlupf. Äh, was? Godstakun? Der Sklaventreiber. Tötet Godstakun, den Sklaventreiber? Entschuldigung. Im Sandwüterunterschlupf. Und der beste Honig in Voldun trefft Rikati bei den vier Stacheln. Wo müssen wir jetzt dazu hin? Da ist erstmal das erste mit dem Honig. Da drüben. Honig ernten. Sammelt zwölf Eiterschwingenstacheln. Ich kann gut auf mich aufpassen. Aber danke, dass du besorgt bist. Haben die auch Stacheln? Und die Kleinen? Schauen wir mal. Und wie viel sind drin? Einer. Vier. Wow. Sehr schön. Dann holen wir uns da drüben die Kleinen auch noch. Ja, so müssen Quests sein. Dass es kleine und große Gegner gibt. Bei den Kleinen ist man dann halt schneller. Ja, ich wollte eigentlich die Kleinen hier unten nehmen, aber die lassen wir dann in Ruhe. So, der hier. Was springen, dass der einen sieht. So, Quest abgeschlossen. Was habt ihr mir denn mitgebracht? Ungewöhnliche Aromen. Liefert den Eiterschwingen Honig bei Ranka im Goldhauer ab. Seid schnell und seid clever. Okay. Ja, lass mich mal. Wir müssen einmal hier rüber. Äh, da ist der erste Schädel. Da drüben ist der zweite Schädel. Und hier ist eine Kiste. Und da drüben... Von dem brauchen wir den Kopf. Und da drüben. Ja. Ja. die ganzen questen ob es eigentlich so viele leben haben sowohl ist der schädel und auf wahrscheinlich da so sehr schön vier quests zum abgeben die oasen von waldun ja ist gut warum ist er denn jetzt da drin plus krit also plus meisterschaft minus tempo und hier gern mal krit komplett auf dann tauschen wir den 277 aus der ist hier gelandet haben wir so wenig platz in den taschen beenden 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 ja du kannst rauskommen du kannst mal da gucken dass du fertig wirst sind eine wichtige ressource wir müssen sie sorgsam pflegen ich muss einmal kurz hier verkaufen weil taschen voll ist scheiße weg 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 fort mit weg mit so gut mächtige geister durchlauft das aufnahmeritual der goldhauer bande traut niemandem beiglich ach das sind die ok stall meister aber ich sehe die jetzt immer noch ok was darf sein so hier drüben kriegen wir eine quest das buffet aufstocken sammelt 10 blüten schlägt früchte kreative vermarktung besorgt einen riesigen rippen knochen von blutkrone in der pfiff blüten oase alles klar hier draußen gibt es noch eine quest kein puls tötet 15 raubtiere in der pfiff blüten oase so da haben was ist das fruchtbare erde ja ich mache das jetzt einfach mit weil wir müssen uns eben machen hier also die nicht angreifen die 10 nämlich nicht da oben ist einer den wir brauchen ansonsten gibt es hier wieder kleiner bei 15 stück killen finde ich schon ein bisschen happig da oben sehe ich klein ja müssen wir mal gucken wo noch mehr kleine sind ich glaube wenn ich das ding hier angreifen kommen kleine raus ja schön so muss das laufen so muss das laufen müssen wir jetzt mal gucken wo noch so ein bienenbar wie nennt man das bienennest nein wie nennt man denn diese blöden dinger da sind drei keine ahnung was so erst nee wir haben noch keine quest fertig erde besser erde besser erde besser erde besser da drüben erde besser die sande breiten sich aus gut welkwest ist fertig ich will noch die hier runter leck mich so so die quest haben wir hier haben wir noch eine da oben blutkrone na komm die haben alle 130 tauchen die quest mobs jetzt also die einzelnen das ist meiner meinung nach ziemlich arbeitsbeschaffungsmaßnahme so bitteschön einmal du beenden ach hier haben wir jetzt einen flugpunkt auch geil das ist auch gut dass man noch einzelne freipunkte durch quest freischalten kann so gesehen so du noch weiter die sind teurer ja frühstück ist fertig begrüßung im gold tower begrüßt den anreisenden gast und präsentiert ihm den gold tower passt auf euch auf da draußen wo denn wiederbeleben er kommt mit daher hier füttern wasser das wasser und hier kriegst du noch heilung ein bisschen und nun zeigt klingen wache tag als ein bett bitteschön ja wir fressen dich auch nicht heute nacht mal gucken hm liefert den gutschein für den gold tower bei kenzu ab heißt wir sind jetzt hier fertig ok so kenzu da oben da oben haben wir auch noch nicht gequestet so hier geht's dann hier geht's am morgen weiter